Jo alle Leute, euer Mr. Adi ist wieder am Start, nun machen wir jetzt hier Abospiele bei GTA und wir hoffen natürlich, dass wir das auch weiter in Zukunft machen werden bei dem neuen GTA und wir denken und wir hoffen auch da, dass die Sprachchat-Funktion besser wird, weil die hier auch echt oft mal abhackt. Aber gut, dann starten wir erst mit einem Abospiel bei GTA. Das ganze nennt sich fangt den Adi, ich werde die drei Leute, bitte steigt man jetzt aus dem Wagen hier aus. Maurice auch, genau. Ihr wartet jetzt da und dürft euch jetzt nicht bewegen, ihr müsst wirklich da stehen bleiben, sonst ist es unfair für den einen oder anderen von euch drei. Und ich fahre jetzt weg zu einer bestimmten Stelle. Ihr werdet dann gleich da auf euch warten, mehr oder weniger auf euch warten, sag ich mal so. Und wenn ich dann gleich den Startschuss gebe, dürft ihr alle drei machen, was ihr wollt. Sprich, ihr dürft jedes Fahrzeug verwenden, ich dürfte euch alle Waffen holen, wobei ich glaube nur Raketenwerfer habe ich eingestellt, weil das am lustigsten ist. Und ich muss versuchen, mich zu töten. Mit dem Raketenwerfer ist es ja so, man kann keine Person killen in dem Sinne, sondern man kann ihn nur 500 Meter weit wegschießen mit dem Raketenschuss, aber trotzdem kann die Person dadurch sterben. Und dann kann man schon sehen, wer mich von euch gekillt hat in dem Sinne. Und wer das schafft, hat halt gewonnen und ist in der nächsten Runde quasi derjenige, der abhauen muss. So, ich gehe jetzt kurz mal auf meine Position. Ich muss kurz mal gucken, wo das war. Ich glaube, das war hier. Und dann gebe ich gleich den Startschuss zu der Jagd des Addis. Hat die Zimmer noch eine Frage von euch irgendwie dazu? Nein. Aber eine Sache, das dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht auf euch schießen. Also ihr dürft euch nicht behindern, in dem Sinne, dass ihr euch abknallt, aber ihr dürft euch mit Fahrzeugen gerammen und so was, das ist alles okay, aber ihr dürft euch nicht gegenseitig mit Raketenwerfer und Schützen behindern. Das jetzt nicht. So. Okay. Dann bin ich hier soweit. Ready? Okay, Mr. Adi, gib den Startschuss. Los! Das muss ich hoffentlich. Hier war das, ne? Alle drei erst mal sich ein Auto holen. Jetzt sind es drei Leute, die das jetzt hier halt mitmachen. Wenn das mehr Leute wären, auch zehn Leute oder so was, die alle mich jagen, dann wäre das natürlich noch eine krassere Sache, wenn da fünf mit hier gekommen und drei mit dem Auto. Das wird dann richtig hart. Aber jetzt muss ich erstmal hier der Staatsgefangene, Adi, muss erstmal abhauen. Vor dem. Alter, wo bist du? Ja, wo bin ich? Könnt ihr auf der Karte gucken, ist ja alles erlaubt. Bis jetzt. Zum Glück habe ich ein schnelles Auto. Ach, ich will mal mal gucken, was die anderen benutzt. Vielleicht nimmt ja ein Heli oder so. Na gut, mich dann zu töten mit dem Heli wird, glaube ich, ein bisschen schwer, aber. Ja, man kann sich mit dem Doktor reden. Ja, ja, das kann man. Ja, klar, ja, aber es ist nicht so einfach hier. Nein, es ist doch. Also, ich weiß nicht, dass es bei dir leicht ist, also, dass du es gut kannst oder nicht, aber ich kann es gut. So, wollen wir mal gucken, ich mach mir grad die Haare. Ich mach mir grad die Haare und den Schweiß von der Stirn. Oh, jawohl. So, gucken wir mal. Oh, drei Stück hier. Luca ist jetzt vorne, ganz knapp gefolgt von Maurice. Badlike hat sich selbst umgebracht, selber schuld. Er muss jetzt erstmal wieder hier zu uns kommen bzw. vor denen es schaffen. Oh, der ist sogar da gespawnt direkt. Was für ein Lacker. Spawnt direkt da. Jetzt müssen die aber erstmal versuchen, mich zu kriegen. So, ich glaub, das kann jetzt nicht auch um Stunden handeln. Also, ganz klar, es ist kein Glitsch oder sowas. Keine Wände reinglitschen oder so. Und kackt das auf keinen Fall. Also, damit müsst ihr jetzt nicht rechnen. Weil, mit dem Glitsch und sowas, was bist du ungefähr. Oh, da ist auch schon der andere. Der Maurice ist auch schon hier. Es wird ja ziemlich knapp, meine Freunde. Drei Leute sind hier und alle wollen mich töten. Uh, der hat eine schöne Karre. Ja. Wo bin ich? Shalom. Shalom. Ich kann euch sehen. Ich seh den Luca gerade. Ich hab den grad aber nicht. Oh, der hat einen schönen Wagen. Benji, Alter. Einen schwarzen Benji. Aber ich würde dir empfehlen, Maurice, mal aus dem Wagen auszusteigen, ne? Weil, so kriegst du mich ja nicht. Ich glaub, einer weiß drauf, wo ich bin. Ich glaub, der Badlike ist nah bei mir. Ne, der läuft jetzt die Gegend ab und guckt, ob der in den Häusern reinlaufen kann. Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich glaub... Alter, ich glaub nicht. Ich glaub, ich weiß, wo du bist. Ich glaub, du bist irgendwo unter... Nein, nein, nein. Ich bin im Gebäude. In dem großen, in dem Gebäude drinnen gibt's unten eine Türe, wo man rein kann. Und dann kann man bis ganz nach oben laufen. Und genau da bin ich. Aber ganz klar ist, dass ich hier auch keinen abschießen werde oder sowas. Ich darf ja nur abhauen. Das sind ja meine Regeln. Ich darf ja keinen abschießen. Und ich glaube, der Luca hat die Türe gefunden. Fuck, der Luca ist auf dem Weg. Maurice und Badlike. Ich würde euch empfehlen, auch mal hochzukommen, weil sonst wird es kritisch für euch. Oh, 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 oh. Jetzt wird's hier kritisch. Meine Freunde. Oh, nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Okay, der braucht noch. Nein, nein. Geh weg, Junge. Oh, man, die kommen auch jetzt noch hoch. Nein, nein. Oh, man, das wird knapp. Noch bist du nicht oben? Oh, 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 oh. Noch bist du nicht oben? Komm, 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 komm. Zack, zack. Und zack. Zack, zack. Zack, und zack. Und jawohl. Also jetzt was zwei Probleme Du darfst aber nicht direkt schießen, ne? Also nein, Luca, 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 hallo! Ey! Ja, noch bin ich nicht tot Kurz vorab, so eine Regel, das ist mal ganz gut Das ist das erste, wie gesagt Wenn du zum Beispiel stirbst, dann spawnst du ja bei dem Host Das bin ja ich Dann darfst du nicht direkt schießen Dann musst du schon irgendwie eine Abklingzeit von so 20 Sekunden haben Wo du warten musst auch wieder Ist ja sonst voll unfair Ist aber nicht stimmt, das ist ja die erste Runde Und da haben wir erstmal so ein paar Regeln, die wir uns hier festlegen müssen Oh, ich muss aber erstmal jetzt weg, Alter, jetzt kommen die alle Oh mein Gott, Alter Mein Gott, boah, ich hab' ich von einer lange Karte Fuck, da kann ich nicht sagen, wo lang fahr' ich hier? Der Maurice ist hinter mir, verdammt der Hacke! Ah, fuck! Fuck, wo bin ich hier? Oh mein Gott, das Wasser Oh mein Gott! 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 Weg! Ey, die Türe! Oh, fuck! Egal, ich lebe noch! Komm, 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 komm! Oh! Jawohl! 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 Komm, komm! Ja, ja! Oh! Jawohl! Ich bin weg! Ich bin weg! Oh, ich kann eine Frau nehmen! Ich bin sehr mal wie Männer! So, ich bin erstmal jetzt wieder hoffentlich entkommen, so ein bisschen Kann man natürlich auch wieder Leben holen, wenn ich das schaffe Aber... Wird, glaub' ich, ein bisschen kritisch hier Sich wieder Leben zu holen Boah, komm, komm! Ah, den Raketen verbrauch' ich eigentlich gar nicht Mann, ich will, wie komm' ich jetzt hier nach oben hier? Verdammt! Weil das Abo-Spiel kann sich ja auf jeden Fall auch lange ziehen Ein Auto! Bleib stehen! Ey, Motorrad! Bleib stehen, du Wichser! Geh da runter! Geh da runter, du Spaß! Alter! Alter, das hat mich überfahren fast! Junge! Opa, jetzt saue da ab, du Rentner! Das ist meine Karre! Nur mal so, ich hab' nichts gegen Opa's oder so Aber die Karre brauch' ich jetzt Oh! Mein Kompliz ist angekommen, ey! Der Rentner hat mir den Wagen gebracht Oh! Jawohl! So! Meine Leben sind verdammt wenig Aber ich sag' mal so Der Fänger darf sich keine Leben holen Weil das ist, glaub' ich, dann Mit einmal kommt er wieder volle Leben Das dauert dann 100 Jahre Weil so Leben darf man sich dann nicht neu holen Oh, Benji, Benji, Benji Aber egal, ich bleib' Motorrad Hier kann man besser abhauen Als mit dem Benji In größeren Wagen Das muss ich überlegen Wukilchen, Wukilchen, Wukilchen Oh! Er hat sich jetzt selbst umgebracht Damit er in der Nähe von mir spawnt Aber ich hab' natürlich das eingestellt Dass man mittelweit entfernt von mir spawnt Dass wenn man sich tötet Kann man ja ruhig, kann man ja ruhig machen Dann ist man nah bei mir dran Aber mittel entfernt Also nicht ganz nah Extra so eingestellt Weil ich würde schon gerechnet haben Da ist noch ein Benji Lauter geile Autos Aber ich weiß grad' gar nicht, wo ich hingehen will Ist die Sache Ich glaub' ich fahr' grad' zum Flughafen Kann das sein? Ich geh' jetzt mal hier Ich geh' jetzt mal hier Ich hab' grad' schon am Vorsprung meiner Mutter reingekommen Ja, jetzt haben die anderen einen Vorsprung, ne? Oh, was war denn hier? Ja, komm' Und da kommen die noch mit dem Staubsauger rein Da muss ich jetzt mal die Kabel auf die Seite legen Warte, mit dem Staubsauger rein Wie ich das im Video gesagt hab', ne? Oh, fuck Alter her Komm, lauf Es ist nicht hin mit dem Raketenwerfer ab Oh Ich glaub' ich hieß noch nicht So, ich glaub' ich Okay Komme jetzt hier erstmal weg hier von euch So Oh Sind die nah bei mir? Ne, die sind alle schön weit weg Ich guck' mal Klick, 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 klick Okay, der Der ist am nächsten dran Aber der Maurice Und der Luca Die haben noch einen weiten Weg vor sich Und wie gesagt, Leute Ich kann das halt jetzt von hier aus nicht sehen Aber beschießt euch nicht gegenseitig mit Raketen Oder zerstört gegenseitig Autos oder sowas Weil das ist auch schon ein bisschen blöd Ich sag' mal so Autos zerstören dürft ihr von anderen, wenn die drin sitzen Das ist okay Weil die können ja nicht sterben Aber nicht die Person so wegschießen mit dem Werfer Weil das ist dann schon Ein bisschen creepy Die drei kommen jetzt hier Na, also der Badlike Der holt langsam auf Der Luca Dicht gefolgt von Luca Und da kommt der Boobies Ich kenn den Weg nicht Und markieren kenn ich mich auch nicht Also weglaufen Ja klar könntest du mich auch markieren Oh, 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 fuck, fuck, fuck Jetzt muss ich hier erstmal Mich beeilen Und da Dinge starten So, dann schauen wir erstmal Ob die hier auf Distanz Schöne Teile schon hören Oh, der Badlike ist hier gleich ganz mal am Stüssel Oh, 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 also Komm, ich steig hier aus marketsburg Auf mein Fahrzeug Ne,ślę, Punkt Der Maurice hat keinen Motorrad und ich hab nur einen blöden Jeep. Okay, dafür ist der Blöde. Ich nehm mein Fahrzeug. Mit dem Jeep kann man auch nicht wissen. Ich nehm lieber mein Fahrzeug. Komm cool rüber. So. Ja, der ist nah bei mir, verdammt, der Haxe. Die sind alle verdammt nah bei mir. Oh, 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 Luca ist auch nah hier am Stil. Ich bin gleich wieder Führung. Oh, oh, Badlack ist näher dran. Alle kommen jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Weck hier, weck hier, weck hier, weck hier. Wenn man der Jäger ist, das muss man natürlich auch Situationen haben, wo man auch auf die Leute wartet, weil wenn man da durchgehend weg pflegt, man Helikopter oder sowas, dann ist das schon auch bisschen heavy. Zumindest bei so vielen Leuten. Wenn es jetzt noch mehr Leute wären, wäre es, glaub ich, wieder okay, aber mit drei muss man schon aufpassen. Das ist ein Wurschen. Das ist ein Wurschen. Das ist ein Wurschen. Das ist ein Wurschen. Das ist ein Wurschen, das die bösen Schale mit dem Helikopter verfolgen. Wenn wir mich am Helikopter verfolgen, ne? Dann wäre richtig krank. So, ich bin erstmal wieder... Jawohl, perfekt für mich. Die Sonne kommt raus, jawohl. Wo sind sie alle? Oh, Luca und Maurice sind nah. Und ich weiß nicht, was der Baddike da hinten macht. Der war eben ganz nah von denen. Alter, nee, nee, nee. Du triffst dich nicht auf dem Kopf. Oh, da hinten kommen die Ballen angetuckert. Oh mein Gott. Weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier weg. Habe ich jetzt einen guten Vorsprung? Bad like, ganz knapp verfolgt mich hier. Bad like? Läuft ja, oder was? Alter, geh du da. Oh mein Gott. Ah, nein, nein. Oh fuck, ich drehe, oh mein Gott, ich drehe mich. Nein, der springt vor, nein der springt da runter. Fuck, lauf, nein. Oh fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Ah fuck, oh fuck, jetzt ist die Frage, wer mich von denen jetzt hier weg holt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, fuck, scheiße. Oh, oh, oh. Oh. Oh, ich flieg erst mal rüber da. Ja, ja, ich bin rüber gesprungen mit dem Sprung. Jawohl. Oh. , oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Lauf, entkomme. Weg hier. Oh fuck, Alter. legt mich am zögerle oh man, oh man, lauf wo bin ich hier überhaupt verdammt ach, ich bin hier, nein verdammt bleib stehen, scheiß Motorräder hier, scheiß Autos, bleib da mal stehen oh mein Gott, oh mein Gott los, 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 los los, los, los los, los, los bleib hier, bleib hier bleib hier, bleib hier weg weg erst mal weg ich brauche eine Karre, ich brauche eine Karre ich brauche eine Karre, ich brauche eine Karre jetzt ist ein Motorrad, Motorrad, Motorrad und rüber da, komm raus, raus, raus boah go, 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 go leckst mich doch weg schei-ss 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 ich rüberfah ich dich, einfach so kann ich jetzt rüberfah ich dich du hast keine Chance mehr, jetzt rüberfah ich dich jetzt bist du nicht in einer Karre rüberfah ich dich rüber da, rüber da boah, fuck, alter bad, like this one ist eh mit knapp hinter mir Ich weiß nicht wie lange... Jawohl, da ist es, da ist es. Komm bitte, schaffe ich das. Ich muss es schaffen. Ich muss meine Flucht schaffen. Meine Flucht... Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Jawohl! Komm, komm, komm. Komm, komm, komm! Jawohl! Komm, komm! Und, und... Jawohl! Und tschüss, homies! Ich weiß schon, was mein nächster Anhaltspunkt sein wird. So. Oh mein Gott, ja. Erstmal rüber zur zweiten Insel fliegen. Jetzt gehe ich zu meinem nächsten Anhaltspunkt und auch zu meinem letzten Anhaltspunkt. Da werde ich auf euch warten endgültig. Oh, Alter, ey. So, ich bin ein Zufall. Oh, ich bin ein Helikopter. Alter, das war so fucking knappe Sache, ne? So. Alter, ich will sein. Dieses geht ja nicht. Dieses geht ja nicht. Ich hätte dich gefühlt. Boah, meine Lebe. Die sind so winzig. Wie gesagt, neben Aufladen machen wir ja nicht mit. Ich habe mir die nicht einmal aufgeladen. So, jetzt muss ich aber erstmal hier runterkommen. Wenn man sich selbst tötet, wäre es ein bisschen kacke. Aber in dem Falle wäre es quasi Luca, der hat mich zuletzt abgeschossen. Okay, hier ist mein schönes Ding. Oh, da kommt ein Flugzeug. Das kann man sich ruhig einsammeln hier. Das ist nicht so schlimm. Weil die Kugelsichere Weste, weil die hält ja nicht voll Sturzschaden ab. So. Du bist da nicht weg ins Museum, Alter. Wirklich. Wirklich. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ja, ein bisschen was zeigen, ja, ne? Schön, T-Rex. Bisschen klein. Aber gut. Da bin ich, außer dem bin ich da mal reingekommen. Also, als ich mit meinen Kumpels gespielt habe, die wollten mich alle abknallt. Und dann bin ich hier reingegangen und dann habe ich das gesehen. Okay. Das war schon. Rüber da. Zack. So, jetzt erstmal ab ins Haus rein. Du bist jetzt auch nah da. Alter, ne. Hör doch auf. Hör wirklich auf. Alter, meine. Die springt nicht mehr. Okay, doch. Alter, geh schneller. Über dieses Gang. Los, geh schneller. Geh. Oh, der ist sogar schon so nah hinter mir. Verdammt. Das Problem ist, man kann hier nicht rennen. Hast du dir eigentlich schon neue Granaten geholt? Also, neue... Okay. Ja, hast du! Oh! Wie viel dazu, Alter? Hallo, du Kalladrüben. Wie geht's dir? Juhu! Juhu! Komma! Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, da hinten ist eine Sackkasse. Fuck, Alter. Da muss ich aufpassen. Ich darf nicht sinnlos runterspringen. Ne, ich kann hier rumlaufen. Ach, jawohl. Lauf mal ein paar Runden bevor der... Oh, der dreht um, der Wixler! Scheiße! Verdammt. Au! Boah! Du bist eine blöde Platte! Ich darf meine Munition nicht verfolgen. Was weißt du, was mein Plan ist? Als ob, Luca. Hättest du wohl so. Ja. Der kann da nicht raus. Bamm. Bist du? Ich fühl dich nicht mehr. Oh. Oh. Boah! Nein! Nein! Ja! Ja! Verdammt! Gewonnen! Gewonnen! Okay, Leute. Wie gesagt, das Spiel kann lange dauern. Kann kurz gehen. Mal gucken, wie viele Leute beim nächsten Mal dabei sind. Würde ich erstmal sagen, bis dahin. Euer Mr. Ali. Wenn ihr Bock drauf habt, auch dabei mitzumachen, einfach nur diesen Account hier enden. Und ich will dir sagen, tschau!